Was ist denn deine Schienstadtzeit gewesen, überhaupt? Weil ich Saison gegangen bin, mit 25 Jahren. Auf dem Gardaseer? Ja, auf dem Gardaseer und auf dem Eisernolm. Und da bin ich auf Terlen oben und in den Regen drin. Bei allem zur Kellnern? Mhm. Und wieso ist deine Schienstadtzeit gewesen? Ja, so, ich weiß nicht, ob man dagegen kriegt. Das ist früher ja nicht gewesen.